Was ist der Hinzuverdienst zur Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Der Hinzuverdienst zur Altersrente ist ein Rechtsbegriff. Also hinter diesem Begriff verbirgt sich nichts anderes, dass jemand, der Anspruch auf eine Altersrente hat, diese nur dann als Vollrente bekommt, wenn er nicht mehr als 6.300 Euro im Jahr hinzuverdient. Als Hinzuverdienst gilt im Gesetz das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und vergleichbares Einkommen. Nicht als Hinzuverdienst gilt nach § 34 SGB VI das Entgelt, was eine Pflegeperson von der pflegebedürftigen Person erhält, also der Pfleger kriegt Geld, oder ein behinderter Mensch von der behinderten Werkstatt erhält. Arbeitsentgelt ist das Einkommen der abhängig Beschäftigten und Arbeitseinkommen ist das Einkommen der selbstständig Beschäftigten oder selbstständig Tätigen. Der Hinzuverdienst liegt nur vor, wenn er aus einem Arbeitsverdienst herauskommt. Abgeleitete Ansprüche aus Betriebsrenten und so weiter zählen nicht dazu oder jemand erbt zum Beispiel etwas, das ist alles kein Hinzuverdienst. Näheres zum Thema Hinzuverdienst können Sie auf www.rentenbescheid24.de erfahren. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.